So liebe Freunde, der Tag ist gekommen, auf den ihr alle gewartet habt. Und zwar die Map Teargrube wird gespielt. Nicht so einfach, muss man sagen. Das ist die schwierigste Map im gesamten Spiel mit 5 Ein- und Ausgängen. Und der Weg von Eingang zu Ausgang ist wahnsinnig, wahnsinnig kurz. Ich hatte aber damals schon angekündigt, dass ich eine easy Strategie habe, das Ding zu schaffen. Ich überlege nur gerade, es passt irgendwie nicht, weil die Scheiße Wasser in der Mitte hat. Okay, machen wir trotzdem. Und zwar diese Taktik hätte ich bisher noch nicht bei anderen Maps benutzt, weil sie einfach zu teuer ist. Da ich jetzt aber noch 60.000 habe, können wir das ruhig dafür benutzen. Speichern aber nochmal, das macht keinen Unterschied. Aber das schadet nicht, das macht keinen Unterschied, das bräuchte ich nicht machen. So. Und zwar werden wir die Map Extremspieler Teargrube auf Maestrian Platzbar so spielen, dass wir uns am Anfang ein wenig Geld kaufen werden. Und das ist halt das Doofe, die hat halt... Äh, doch, das müsste funktionieren. Klar, passt ja ein Dings drauf. Ein super Affe. Deswegen habe ich vorher gespeichert. Wir hätten sogar... Ne, hätten wir nicht machen können. Ich möchte sagen, wir hätten es sogar noch einfacher machen können, indem wir uns Blut- und Dagesgeräte hinsetzen. Aber ne, ne, ne. Fünf Ein- und Ausgänge zu deffen, das ist etwas too much. Ich werde nämlich gleich den Tempel des Affengottes bauen. Und den bauen wir. Das ist quasi wie ein Sandbox-Mode. Ich habe es noch so ein bisschen in Erinnerung, was man dafür benutzen muss. Das kostet allerdings auch nochmal irgendwie 50.000. Ich kaufe einfach auf 200.000 hoch. Ich hatte es damals schon mal angedeutet, wie ich die Map Easy schaffen werde. Ich habe es irgendwann schon mal, glaube ich, verraten gehabt. Das ist aber nicht so wild. Ist ja keine Geheimtaktik. Ist ja möglich, das zu machen. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust hier, mehr Geld im Endeffekt für Continuous auszugeben. Also, Bombe. Eis. Das. Magier. Affendorf. Keine Ahnung. Was sind die teuersten hier? Achso, das ist egal. Ich muss da irgendwie 30.000 oder so reinkloppen. Und dann, glaube ich, noch irgendeinen Turm für 30.000. Ach, ihr macht euch zu fett. Der passt doch bestimmt woanders hin. Ja, siehst du. Ich glaube, das waren sie alle. Ähm, 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 ne, stimmt. Jeweils 30.000 in den Dings rein. In die normalen Gebäude. 30.000, Alter. Hört ihr bescheuert? Also, nicht ihr. Dass man so viel Geld investieren muss. Äh, 8.000, 15.000, 21.000, 22.000. Und, der obere ist teurer, ne, merke ich gerade. Schauen wir mal, ob das so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Äh, zack, der ist 16.000, das heißt, ich brauche noch einen zweiten davon. So, machen wir hier Blumenverdünner, der ist auch. Wow, ist der teuer. Meine Fresse. Hm, ist egal, komm, hau rein. Äh, Mörser. Der ist auch 15.000, das heißt, ich brauche davon auch noch einen. Ich weiß nicht, ob das schon klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich probiere es einfach mal. Das soll schon schiefgehen. Zur Not, leichtes Game aber neu. Na? Who cares? Magier ist auf dem oberen teurer. Doch, doch schon richtig. 15.000, das heißt nochmal einen. Ich verlasse mich nur auf meine Erinnerung, die ich davon damals hatte. Das ist ja wirklich schon ewig her, seitdem wir das mal mit dem Links getestet hatten. Mit dem Tempel. Vor allem, der Tempel kostet auch nochmal 100.000. So, 30, 30, 30, und ich glaube noch irgendein Randomtum, der 30.000 kostet. So, 102.000. Mal gucken, ob es funktioniert, so wie ich mir das eigentlich vorstelle, dass der wirklich alles deffen kann. Eigentlich ja. Eigentlich ja, weil er einfach so eine krasse, so eine krasse Platzkraft hat, mit dem Tempel des Affengottes. Dass das funktionieren sollte. Ich kann mir nicht mein Leben kaufen, und wenn ich hier draufklicke, dann geht er immer noch auf Geld. 102.000. Mach schon, bam, okay, alles klar. Ich würde sagen, ähm, wir haben sechs Minuten vorbereitet. Wir schauen mal, naja, Tempel, bam. Wie weit werden wir damit kommen, meine Lieben, Freunde? Ob das so was wird, wie ich es mir vorgestellt habe? Ansonsten, wir lassen uns jetzt erstmal Geld ein bisschen Farmen. Wir können, ich muss nur sagen, wir können die Bananenplantage noch hinsetzen. Ein paar. Ich meine, der hat eh eine Range über die gesamte Map. Das macht keinen Unterschied, wo jetzt mal ein Bananenbauer hier Dinger wegschießt. Ja, und das ist quasi die Strategie, wie man jede Map easy schaffen könnte. Kostet natürlich noch wahnsinnig viel. Ich habe jetzt 100, so mal 52, 300, so mal 300.000 Gold rausgehauen. Naja, stimmt gar nicht noch viel mehr, muss es sein. Wir haben jeweils 30.000, hier 30, hier 30.000, Bombe, 60.000, 90.000, 120.000, 150.000, ich glaube, das war so doppelt gemobbelt, 180.000, weil ich glaube, der Mörser zählte nicht dazu, 180.000. Der Templer alleine ist 100.000, sind wir bei 280.000, der Gott, der Sonne 15.000, so weiter. Ja gut, 310.000 Gold etwa, hat es gekostet alles. Oh, mal schauen. Da geht da einen kleinen Bonus durch das Floß, worauf er steht. Einen kleinen Dings-Bonus, einen kleinen Range-Bonus. Wir können vielleicht noch einen Affen draufsetzen, um ihn ein bisschen stärker zu machen. Ein bisschen mehr Range kann er brauchen. Äh, ein bisschen mehr Tech-Speed. Ich weiß nicht, ob er Tarn-Bloons angreifen kann, das wäre interessant zu wissen. Wir hoffen bis 130, wir, äh, haben unseren Cursor dann gleich mal auf Super-Affen-Sturm. Achso, er kann sowieso durch das Haus, ist alles gut. Vergesst es. Hätte mich aber trotzdem mal interessiert, ob der Tempel, der, der Tempel des Affengottes, ähm, Dings sehen könnte. Tarn-Bloons, also durch das Häusten kann er es jetzt, ja klar, logisch. Bamamamamamaii. So, hier können wir auf jeden Fall mal, äh, doppelte, wertvolle Bananen machen. Weil die Häuser bleiben stehen bis zum Ende. Und die können jetzt halt ziemlich viel Kohle produzieren. Ich habe wahrscheinlich aber erstmal die Dings machen sollen. Die Bananenfabriken. Sieht halt so cool aus. Wirklich. Also ihr seht halt wirklich, die kommen nacheinander raus aus den Löchern. Nicht gleichzeitig, sondern wirklich nur nacheinander. Damit kann man jetzt zwar keine Taktik bilden und so, aber es ist halt interessant zu wissen. So ist man aus, oder ist er? Er hat schon 7.000 Popcorns. Das ist gerade gar nicht. 7.000 Popcorns. Das hat überhaupt nichts. Null. 600 Gold durch eine Kiste. Das ist schon heftig. Ja, bin halt mal gespannt, wie das mit den Dings wird. Mit den Zeppelinen. 40. Runde haben wir vier Stück. Ich kann auch mal zeigen, was er da drauf hat. Oh, doch. Manchmal kommt. Kommen sie doch manchmal gleichzeitig. Ach, keine Ahnung. Ist ja auch Schnuppe. Mach keinen Unterschied. Kann man keine Taktik gegenbauen. Also mit der Map haben sie echt eine Map kreiert, die wahnsinnig schwierig ist. Weil du hast halt auch wenig, wenig Platz zum Bauen. Weil die ganzen Steine halt im Weg sind. Weil hier die Dinge sind, die Reichweiten der Teergruben halt auch so wahnsinnig groß ist. Das heißt, du kannst in dem Bereich aber nichts bauen. Selbst mit einem schmalen Turm wie dem Häcksler. Du kannst halt hier höchstens in der Mitte was bauen. Also höchstens zwei Türme passen hier nebeneinander. Von schmalen Türmen. Von breiten Türmen wie dem Nixen. Ja gut, der passt gerade so dazwischen. So, die Stunde der Wahrheit. Wow. Aber er hat, er braucht, er braucht ein bisschen Zeit. Ach so, ich wollte ihn aufrüsten. Er schneidet gerade so den Rand. Wow. Ganz im Map einfach mal. Er kann über die Gelerne hier oben. Hier oben links ist noch ein bisschen was weiß. Na? Ist ja hässlich. Ähm... Okay, er geht jetzt noch schneller an, ne? Kann ich überall arktische Winde hinsetzen? Wo ist mein Mauskörser? Da ist er. Überall arktische Winde hinsetzen? Oder Nagelfabriken? Da ist er.